Musik Unser 1939 gegründetes Unternehmen Grote & Brocksiepe Befindet sich im südwestlichen Teil von Nordrhein-Westfalen, dem Sauerland, einer mittelstandsgeprägten Industrieregion Als Familienbetrieb in dritter Generation verknüpfen wir die klassischen Vorteile eines inhabergeführten Unternehmens wie langfristiges Denken, kurze Entscheidungswege und persönliches Engagement mit den professionellen Prozessen, Transparenz und einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur Für die Herstellung von Spritzgießwerkzeugen und technischen Kunststoffteilen steht uns ein erfahrenes und geschultes Team von 80 Mitarbeitern mit hoher Fachkompetenz und ein Maschinenpark auf dem neuesten Stand der Formenbau- und Spritzgießtechnologie zur Verfügung Von partnerschaftlicher Zusammenarbeit in der Produktentwicklung bis hin zur abschließenden Serienproduktion gehört ein durchgängiger hoher Qualitätslevel in allen Arbeitsbereichen zu unserem Selbstverständnis Hochpräzise Spritzgießformen mit bis zu 96 Kavitäten sowie 45 moderne Spritzgießmaschinen und eine prozessoptimierte Peripherie ermöglichen das Fertigen von Funktions- und Präzisionsteilen von 0,03 g bis 600 g Die Montage und Konfektionierung von Einzelkomponenten zu Baugruppen und Systemen auch vollautomatisiert sowie der Oberflächenveredlung durch verschiedene Verfahren und galvanische Beschichtungen runden unser Leistungsspektrum ab Die Zertifizierung nach ISO TS 16 949 2009 bestätigt unseren Anspruch im Formenbau und der Kunststoffverarbeitung Täglich verlassen ca. 1,3 Millionen Spritzgießteile unser Unternehmen, die ihre Verwendung in der Automobilindustrie, der Aerosol- und Pumpenindustrie, der Haushaltsbranche, der Medizintechnik, der Elektro- und Elektronikindustrie und vielen anderen Branchen finden Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Marktstellung unserer weltweit tätigen Kunden zu sichern Einer der Gründe, warum sich auch große Namen aus unterschiedlichsten Branchen langjährig bei uns zu Hause fühlen